ja liebe leute herzlich willkommen wieder zurück zu labplay dirt 4 wir machen heute weiter mit dem nächsten teil hier im nächsten rennen wir sind in wales oder bleiben in wales zum beispiel und fangen heute an mit dem nächsten teil oh gott das sind ja zu viele rennen ja wir machen das so wir werden anfangen mit dem ersten beiden rennen heute dann morgen die nächsten beiden und den letzten teil machen wir dann am montag wieder also wieder drei teile wieder draus würde ich sagen ja gut das geht's wir haben heute an mit dem nächsten 5,06 kilometer forrest das ist der nächste teil der uns heute dann ins haus steht oder an steht ja auf geht's so auf geht's gut dann rein ins rennen nehmen wir einen ersatzreifen mit ja klar haben wir mehr genug für kohle ne so machen wir dann hatte ich das auto ein bisschen auf machen wir das kopf also mal kurz auf b fertig so so hat man die warte ist es ist weniger nicht auf dieser strecke das wird schwierig nachweis so dass wir in der momentanen der koppel mit vier minuten und irgendwas in 204 durch sind doch wenn ich halte über gruppe durch tor rechts halten links drei so ein bisschen aufpassen müssen wir hier fliegt Oh, wir haben auch keine Aufgaben. Ich habe nicht echt... Ich, wie gesagt, das ist schon so lange her, dass ich angefangen habe, ja aufzunehmen... Jetzt ist es bei einer Megasheft mit 7 drin. Jetzt wird sie heute nicht so lange werden. Das kann ich uns schon versprechen. Rechts halten über Kuppe. In links 2 lang. Achtung Kuppe. Sofort rechts 1. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durchsenke. In rechts 6. Links halten über Kuppe. Rechts 5. 60. Links 1. Kuppe. In rechts 2 lang. Heute Abend gibt es auch wieder den 16 Uhr Slot. Das ist also der Nachmittag. Aber dann gibt es los da nicht mehr. Fakai. New da. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Aber jetzt das war hier ein bisschen. Ja. Der 4. Und am Wochenende auch wieder die Formel 1 mit dem Großbrit von Monaco. So. Dann ist der Herr im nächsten harten Rennen, die uns auf jeden Fall in das Haus stehen. Aber. Das ist so gut. Rechts 5. Links 5. Über Kuppe. Achtung Kuppe. Rechts 1. Links 4. Links halten über Kuppe. Rechts 6. Durchsenke. In links 6. Rechts halten über Kuppe. 60. Rechts 5. Über Kuppe. Links 4. Lang. Kuppe. Rechts 2. Links 5. Links 5. Rechts 1. Über Kuppe. Links 6. In offene Kehre rechts. Lang. Durchsenke. Links 4. So, jetzt wird es gleich schön durch. Rechts 3. In links 2. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6. Über Kuppe. Durch Tor. Links 6. Durchsenke. Bis Ziel. Alles klar. Langsam für den Marschall. Erster Teil auf jeden Fall schon erledigt. 39,5 Sekunden. Wir sind auf jeden Fall voll auf Kurs. Dieses Ding hier vor uns zu gewinnen. Super Ergebnis. Gut gemacht. So. Gut. Der nächste Teil jetzt Fortschläge. Lang. Lang. are gibt es schon wieder. heute scheint alles nach platz zu laufen na gut das wäre doch super acht minuten 30 gibt er uns vor links 6 60 ist eigentlich gut passen wir wieder den neuen motor komponenten im auto haben wir sehen neun teile links die stufe b rechts 6 durch senken in links 6 rechts halten über puppe 60 rechts 2 rechts 4 in offene kehre links lang durch senken in rechts 6 links halten über puppe rechts 5 rechts 2 links 3 rechts 4 in offene kehre links lang durch senken in rechts 6 links halten vielleicht das ist auf jeden fall es können also ein bisschen rutschig werden aber mit dann kommen wir gut klar rechts 6 links 6 links 6 offene kehre links hähnen halten rechts schneiden 60 über puppe links 6 rechts 5 links 5 überwenden Achtung kuppe rechts 1 links 4 rechts 6 durch senken rechts 4 kuppe vielleicht sprung links 4 rechts halten über puppe links 6 in offene kehre rechts lang durch senke links 4 rechts 3 in links 2 links 5 rechts halten über puppe links 6 in offene kehre rechts lang durch senke weg schneiden links 4 rechts 3 das wird gekostet habe auf jeden fall wird das hat gekostet klar rot werden rechts links rechts 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 links überwenden ab kuppe rechts links rechts rechts aufene kehre links in halten 60 überpuppe rechts 5 durch senke links 3 60 überwenden kuppe links 6 rechts 6 durch senke rechts 4 kuppe rechts 6 überpuppe links 6 kuppe senke rechts 6 links 6 rechts 5 kuppe links rechts Wir haben 16 Sekunden ausgebaut, die Führung. Links 3, nicht schneiden, mittig halten, überpuppen. Rechts 4, überrollen, in links 2, durch Tor links 6, überpuppen, links 6, überpuppen, nicht schneiden, rechts 6, überpuppen, durch Tor 60, in rechts 3, überpuppen, 60 durch senke, offene Kehre. Links, lang, nicht schneiden, mittig halten, überpuppen, durch senke, rechts 3, 150, links 5, links 3, überpuppen, rechts 6, überpuppen, 200, Achtung, langsam, scharf rechts, links 4. 60, überpuppen, durch Tor, durch senke, links 3, kuppen, rechts 3, lang, kuppen, links 5, rechts 3, überpuppen, links 3, nicht schneiden, rechts 4, in links 6, nicht schneiden, 60, links 6. So, wir müssen natürlich wieder ein bisschen, jetzt haben wir weniger Quatsche gerade, jetzt haben wir noch so eine Gründe. Aber ja, da habe ich auch verschiedene, mit der, was der unsere Reine-Güner so an, zwei Dings da gibt, er raushaut, dann war sie rauskaut. Jetzt hört sich doch gut aus. Offene Kehre, links, innen halten, 60, überpuppen, 80, überwende, sofort, offene Kehre, rechts, innen halten, rechts 6. Links 6, offene Kehre, links, innen halten, 60, überpuppen, links 5, rechts 4, überpuppen, links halten, durch senke, rechts 2, durch senke, links 3, nicht schneiden. Links 6, rechts 5, links 5, überwende, 80, Kuppen, rechts 1, links 4, in links 6, durch senke. So, wir müssen vorsichtig fahren, nicht zu nah an die Pirschung rein. Da kann man gerade mit ein bisschen Gas geben. So, letzter Abschnitt von heute. Ja, ich habe recht für heute. Weil danach machen wir auch hier einen kleinen Break. Nach einer langen Etappe. 7.23 haben wir gefahren. Alter, dann sind die Folgen einfach kürzer. Ist egal. Passiert. Die Folgen sind so um die 10-12 Minuten. Aber muss auch mal A sein. Super. 7.23.055 So. Gut. Das war es mit dem Part. Gut. Mit dem nächsten beiden Rennen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Dirt 4. Ja, und dann gibt es auch Northern Forest bis zur Weise mit dem Four Crosses Lake. Ja, und dann sehen wir uns in den letzten Teil am Montag. Wie gesagt, dann morgen heute ist Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder auf jeden Fall. Das ist eine 14-Nummer, wenn ihr Bock drauf habt. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.